Das bewährte offene Räumsystem dieser Fräschschleudern garantiert eine problemlose Verarbeitung jeglicher Schneearten, von Schneematsch bis hin zum vereisten, gefrorenen Schnee. Die exakte Abstimmung zwischen Wurfrad- und Fräschschneckendrehzahl erlaubt große Wurfweiten bei maximaler Leistungsausnutzung. Eine Vielzahl von Anbauvarianten ermöglicht einen raschen An- und Abbaufront- oder Heckseitig an Traktoren oder Geräteträger. Der Antrieb erfolgt über die Front- oder Heckzapfwelle des Trägerfahrzeuges. Die beidseitig gelagerten Fräschspiralen sind mit einer Nockenschaltkupplung, das Wurfrad ist mittels Scherkupplung gegen Überlastung abgesichert. Verschiedene Auswurfkamine sowie die hydraulisch stufenlos verstellbare Kaminschwenkung und die hydraulische Blendenverstellung garantieren eine gezielte Schneeauswurflenkung für jeden Einsatzzweck. Eine hydraulische Querneigungseinrichtung gewährleistet eine exakte horizontale Anpassung der Fräschschleuder an die Fahrbahnoberfläche.